Die Drei Herren vom Grill Die Drei Herren vom Grill kennt jeder an. Vorher bitte noch einen wirklich fett Applaus für Strike, weil das war Wahnsinn, oder? Applaus für Strike! Und wie schon gesagt, die nächste Nummer auf los ist Die Drei Herren vom Grill. Das ist schon eine ewige fixe Größe vom Steindorfer Faschi. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch organisatorisch. Und Vereinsführung bei USA. Seit Jahren versorgen sie euch mit Beuten und Lackern auf höchstem Niveau. Darf ich mit ihnen zusammen, Freizeit drauf wünschen, begrüßen, unsere Drei Herren vom Grill. Die Kulü!